Servus Bremen-Fans, hier ist der Basti B, Bremen-Fan aus Bayern und darum zur Begrüßung kein Moin, sondern Servus. Dennoch geht es wie immer um den wunderschönsten Feind auf diesem Planeten, den Esso Werder Bremen, aber heute machen wir das Power-Ranking nach dem 14. Spieltag und wir tippen direkt den 15. Spieltag. Let's go! Wir steigen direkt ein mit dem Power-Ranking von letzter Woche, das seht ihr hier. Und darüber, über mich, seht ihr die Tabelle. Das ist eine Formtabelle, diesmal vom 12. bis 14. Spieltag. Das sind also nur drei Spiele, aber das sind alle Spiele nach der letzten Länderspielpause. Ich habe zuerst überlegt, die letzten fünf Spiele zu machen, aber dann wären die zwei Spiele dazu, eben Spieltag 11 und 10, vor der Länderspielpause gewesen und die wären dann quasi drei bis vier Wochen schon her gewesen. Oder sogar fünf Wochen, ja, gewissen vier und fünf Wochen. Das ist einfach zu lang. Das hat nichts mehr mit Form zu tun, fand ich. Daher machen wir eine kleine, kurze Formtabelle, eben die Nachländerspielpause-Tabelle. Viel zu lange darüber geredet. Eins ist klar, Berlin und Bayern München haben natürlich nur zwei Spiele. Darum ist FC Bayern München da 15. Und wir wissen ja alle, eine Tabelle, wo man den FC Bayern ganz regulär auf Platz 15 stellen kann, ist eine gute Tabelle. Daher ist das ganz, ganz toll. Da fällt auch natürlich der Stuttgart starkes Freiburg, über die ich lange Zeit geschimpft habe, ist da richtig gut. Auch Leipzig ist da relativ gut. Leverkusen nur fünf Punkte geholt, in den letzten drei Spielen. Auch interessant. Berlin hat vier Punkte geholt, obwohl sie nur zwei Spiele haben. Obwohl sie ja eigentlich doch so schlecht waren. Auch irre. Dortmund vier. Man sieht ganz, ganz viele vier Punkte. Dann ganz, ganz viele drei Punkte. Auch da ist der Esser bei der Bremen mit dabei. Aber man muss auch klar sagen, das haben wir wohl jetzt gelernt. In den drei Spielen haben wir auch gegen die zwei besten Mannschaften der Bundesliga gespielt. Und dann ist noch Mainz und Darmstadt dabei. Aber schauen wir eben auf das Neue. Das heißt, hier wird jetzt das neue Power Ranking aufgebaut. Und über mich sieht er zwei Dinge. Erstens den 14. Spieltag, wie die Ergebnisse waren. Und natürlich wieder die Tabelle, die die schon ein, zwei Mal zugeguckt haben, kennen das Spiel. Und darum legen wir direkt los. 18. Platz ist Darmstadt. Die Zahl im schwarzen Rechtsaußen ist dann immer die Position in meinem Power Ranking vom vorherigen. Somit 13. Spieltag. Das heißt, Darmstadt verliert zwei Plätze und ist nun dabei im letzten Jahr. Ich glaube, dass Darmstadt da sogar ein bisschen unglücklich verliert, weil Hallenheim sich im Prinzip auf ihre Standards, die natürlich sehr gut getreten sind vom Niklas. Eigentlich war ich doch mal, es war bei der Bremen-Spieler Beste. Aber Darmstadt hat das Spiel kurzzeitig sogar mal gedreht und war da glaube ich schon voll mit dabei. Andererseits, und darum tue ich es ja einfach ganz klar abstrafen, ist viel einfacher wie auswärts in Heidenheim spielen wird es in dieser Liga nicht. So einfach ist das. Und Darmstadt kommt da auch ehrlich gesagt an seine Grenzen und ist jetzt auf Platz 18, auch in der echten Tabelle. Und ich denke, irgendwo gehören sie da auch hin, wenn man das rein sportlich sieht. Natürlich wird es ein, zwei Fans geben, die sagen, das Böllen-Fallentor ist doch ein schönes Stadion. Warum eigentlich nicht länger erste Liga bleiben? Daher wünsche ich euch da viel Erfolg. Platz 17 ist Wolfsburg. Ich habe ja letzte Woche angekündigt, dass Wolfsburg das Spiel verlieren wird gegen Freiburg. Und dann somit der Trainer ausgewechselt wird. Es ist tatsächlich so eingetreten, Wolfsburg verliert das Spiel, aber sehr unglücklich muss man auch sagen. Bis jetzt ist Kovac noch im Amt. Das wird dann jetzt vielleicht auch bleiben, weil der Spielverlauf dann doch, also das Ergebnis war nicht gut, aber ich glaube bis dahin war Wolfsburg schon die bessere Mannschaft. Und daher wird er es wohl noch bleiben dürfen. Aber ganz klar, Wolfsburg ist in einer gewissen Krise und Wolfsburg ist in meinem Power-Rank, Platz 17. Das will wohl niemand sein. Köln holt einen Punkt, wird sehr abgestraft bei mir, weil es das gleiche ist wie gegen, nicht wie gegen, sondern wie bei Wolfsburg. Köln hat katastrophal gespielt. Das X-Goals-Ergebnis war glaube ich 0,25 zu 1, irgendwas. Also da war Mainz eindeutig die bessere Mannschaft. Köln kann froh sein, dass sie da einen Punkt geholt haben gegen ein Mainz, das jetzt auch nicht super ist. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlecht mehr. Aber das ist ein Solala-Team, daheim musst du gegen Mainz gewinnen, Köln tut es nicht. Und dann strafe ich sie einfach ab. Das ist ein Absturz von Platz 8 auf Platz 16. Auf Platz 15 sind die Heidenheimer. Ja, natürlich gewinnen sie, somit müssen sie nach oben gehen, ist auch ganz klar. Andererseits sage ich auch, ein Heimspiel gegen Darmstadt, viel einfacher wird es nun mal nicht. Und das haben sie dann mit Glück und Geschick gewonnen. Darum geht es noch um, aber deswegen ist der Sprung auch nicht so wirklich hoch. Auf Platz 14 ist Berlin. Es geht doch. Berlin kann wieder Spiele gewinnen. Da hat man wohl sich tatsächlich vom langjährigen Erfolgstrainer Urs Fischer trennen müssen, um dann den Turnaround zu schaffen. Und Berlin gewinnt gegen ein Gladbach, das eigentlich richtig gut drauf war. Sehr souverän fand ich mit 3 zu 1. Gladbach rutscht da irgendwie in schon Situationen rein, wie sie in der Saison schon waren. Und Gladbach, für euch wird es nicht leichter, denn am Wochenende oder beziehungsweise am Freitag macht es schon der wunderschöne Esau. Leider spielen wir nicht in diesen wunderschönen Trikots. Berlin-Glückwunsch auf Platz 14. Auf Platz 13 Mainz. Ja, Mainz gewinnt nicht und das ist natürlich in der Situation, in der man ist, nicht gut. Darum werden sie leicht abgestraft, aber nur ganz sanft, weil man sagen muss, Mainz, das ist sehr unglücklich, dass sie hier nicht den Dreier holen. Sie waren eindeutig die bessere Mannschaft in Köln, aber ich bin ein Trainer und ein Fußballfan, der sich die Zahlen sehr genau ansieht und der nicht immer sagt, man muss nicht immer nur gewinnen, sondern die Richtung muss die richtige sein. Und daher glaube ich, dass Mainz es schon richtig macht, aber natürlich, wenn man ganz hinten drin ist, wären natürlich zwei Punkte mehr auf dem Konto zu haben, sehr, sehr gut. Daher ist es eine kleine Abstrafung, aber ich sehe Mainz in einer besseren Situation wie Köln, auch wenn in der echten Tabelle Köln einen Punkt mehr hat wie Mainz. So ist das nun mal. Hoffenheim. Ja, Hoffenheim gewinnt auch mal wieder gegen Bochum. Hätte ich jetzt auch gesagt, viel einfacher wird es nicht. Ich wiederhole mich. Aber in meinen Augen ist ein Heimspiel gegen Bochum ein Spiel, wo ich sage, viel leichter wird es in der Bundesliga nicht. Bochum hat aber einen richtig guten Lauf gehabt. Bochum hat in den letzten Spielen einfach seine Punkte geholt, das muss man sie lassen. Und die haben auch länger Zeit nicht mehr verloren. Und daher ist das schon ein Sieg, wo Hoffenheim sagen kann, juhu, sie stehen super da. Sie sind sechster Platz in der echten Tabelle und sind bei mir von Platz 14 auf 12 gestiegen. Ich sage, Hoffenheim, es gibt wenige Mannschaften, glaube ich, die sechster sein können nach so vielen Spielen. Also wir haben ja jetzt ja schon mehr wie ein Drittel der Saison durch. 14 mal 30 ist auf jeden Fall mehr wie 34. Aber ihre Form ist einfach nicht gut und ich finde, Hoffenheim hat eigentlich nichts verloren auf Platz 6. Aber sie hat einen sehr guten Saisonstart und da retten sie sich. Und sie gewinnen jetzt einfach ihre Hausaufgaben gegen Bochum. Aber ich sage auch ganz klar, Hoffenheim viel leichter wird es trotzdem alledem nicht. Daher ist der Schritt nicht so riesengroß. Der SV Werder Bremen, ich kann es fast immer noch nicht glauben, bin immer noch sehr erleichtert, wenn ich daran denke. Wir haben das Spiel gewonnen, sehr, sehr wichtig. Zweite Halbzeit war richtig gut. Erste Halbzeit, ja, könnt ihr mein Video neu angucken, war mal gut, mal nicht so gut. Auch eine Situation richtig viel Glück gehabt. Eigentlich auch beim 2-0 Glück gehabt. Klar, der Schiri sagt, es ist okay. Auf jeden Fall eine komische Situation. Wir gewinnen auf jeden Fall gegen einen Augsburg, was in einer super Phase war. Auch das muss man sagen. Und da haben wir sie wirklich in der zweiten Halbzeit bis auf den einen Lattentreffer wirklich kalt gestellt. Und daher wunderbar, freuen wir uns. Aber eins ist auch klar, so überragend, weil der Sieg dann auch nicht. Daher ist das ein dezenter Schritt nach vorne. Mein Gott, bin ich hier objektiv. Manchmal mag ich mich selber nicht. Bochum verliert vier Plätze von 6 auf 10, weil das dann schon eine relativ klare Kiste war. Und Bochum da einfach, ja, ich sag's mal ganz frech, nicht in die erste Tabellenhälfte im Empowering-Ging gehört. Daher ist zehnter Platz doch aber auch wunderbar. Platz neun. Dortmund verliert ein Spiel und steigt trotzdem einen Platz hoch. Für mich ist es wichtig, dass ich das so mache, weil Dortmund natürlich einen unglücklichen Platzverweis hat. Und dann sehr lange in Unterzahl spielt. Und ich weiß gar nicht, ob das Spiel jetzt so gut war von Dortmund, dass man sie gleich beloben muss. Aber sie haben am Schluss eigentlich den Ausgleich auf dem Fuß. Wenn Süle den trifft, der ist schwer. Aber dann machen sie es 3-3. Und irgendwie so komplett unverdient fand ich es dann auch nicht. Also sie machen ja auch den Ausgleich in Unterzahl. Da war Leidenschaft da. Das war einer der besseren Spiele. So klar muss man sagen. Und gegen Leipzig darf man dann vielleicht auch mal in Unterzahl verlieren. Natürlich darf Dortmund eigentlich gar nicht verlieren. Die haben natürlich eine komische Situation. Aber ich fand das gut. Und irgendwie finde ich, haben es verdient, dass sie da vor zum Beispiel Bochum sind. Und daher einen kleinen Schritt nach vorne. Mentalität war auf jeden Fall da. Was man ja immer zu Dortmund sagt, die haben sie nicht. Einmal hatten sie es zumindest. Gladbach. Gladbach verliert gegen Union Berlin. Darum fallen sie runter von 5 auf 8. Ich wollte sie aber nicht komplett zerstören, weil sie einfach eine relativ gute Form haben. Und es wird sie auch zeigen, wie sie dann gegen den SV bei der Bremen spielen. Aber das Spiel war nicht gut. Aber ich glaube auch, Union hat jetzt einfach viele Dinge richtig gemacht. Die haben noch viel Zeit. Die haben die Zeit genutzt. Die Bayern zum Beispiel nicht genutzt haben, weil das Spiel ausgefallen ist. Und dann hatten sie wer mit Zeit. Das war, glaube ich, perfekt für den neuen Trainer. Und der hat sich, glaube ich, ziemlich scharf gemacht. Und ja, somit hat Union gewonnen. Und dann ist es, glaube ich, schwer für Gladbach. Das konnten sie dann nicht drehen. Und ja, Platz 8 ist ja trotz alledem ja gar nicht mal so schlecht. Augsburg verliert gegen ein bockstarkes SV Werder Bremen. Mir sagen wir nicht drei Plätze nach unten. Tschüss, ciao, FC Augsburg. Freiburg. Ja, Freiburg gewinnt dreckige Spiele aktuell. Also, wenn man immer sagt, im Fußball wird ja viel über welche Entwicklungen geredet. Da muss man eins sagen. Also, Freiburg macht keine gute Entwicklung. Trotzdem sagt niemand was Schlechtes über Freiburg. Freiburg hat den Glanz und den Glorie von den letzten Jahren auf jeden Fall verloren. Sie gewinnen. Es sind richtig eine Mannschaft, die richtig dreckige, ergebnisorientierte Siege feiern. Das ist ja bei allen Respekt. Das ist ja alles wunderbar. Darf man noch gerne so machen. Von Attraktivität hat das, glaube ich, lange nichts mehr. Aber, ja, sie gewinnen ihre Spiele, haben 21 Punkte und alle Mannschaften, die hinter ihnen wären, wären sehr, sehr froh. Weil, wenn man das zum Beispiel vergleicht, der SV Werder Bremen ist jetzt nur vier Plätze schlechter wie Freiburg, hat aber sieben Punkte weniger. Also, das heißt, Freiburg hat andersrum ausgedrückt. Freiburg hat 50 Prozent mehr Punkte wie der SV Werder Bremen. Daher Glückwunsch, Freiburg. Und hört gar nicht zu, was der böde Typ da aus Bayern labert. Das war die falsche Richtung. Auf die Tasten drücken kann er auch nicht, der Trottl. Apropos Bayern. Ähm, wow. Was für ein Spiel. Hat, glaube ich, niemand so kommen sehen. Und, ja, natürlich hätte ich es ja am liebend gerne auf Platz 13 oder so gestellt, der FC Bayern zu sagen. Ha! Aber bleiben wir realistisch, da ist irgendwie viel falsch gelaufen. Heute ist Dienstag in knapp 40 Minuten ist da der Anpfiff zur Champions League. Wenn sie da wieder gewinnen, dann setzt sich keiner mehr für Frankfurt. Daher glaube ich, das war ein Ausrutscher, ein kräftiger Ausrutscher. Und irgendwie gegen Frankfurt passiert das öfters bei Bayern. Ich weiß auch nicht, warum. Aber das muss natürlich bestraft werden. Aber es ist jetzt nicht so bestraft, wie der vielleicht das eine oder andere erwartet hätte. Ich wollte aber unbedingt, dass da das Eintracht, die SGE aus Frankfurt, natürlich vor dem FC Bayern München ist. Und somit macht München den Absturz nach 5 und Frankfurt geht sehr weit nach vorne. Ich sage es ganz klar, gefühlt, finde ich, ist Frankfurt nicht die viertstärkste Mannschaft der Liga. Aber wer den FC Bayern München bei einem Punktspiel 5 Tore einschenkt, der muss einfach geboostet werden. Ich bin mir relativ sicher, dass sie im nächsten Power Ranking wieder nach unten gehen. Aber jetzt sei es ihnen gegönnt, Eintracht Frankfurt. Herzlichen Glückwunsch. Platz 4. Platz 3 ist Leipzig. Auch da sage ich irgendwie, ja, sind sie wirklich die drittbeste Mannschaft aktuell? Inhaltlich war es vielleicht schon, aber sind sie es wirklich, weiß ich nicht genau. Aber erstmal, Bayern hat verloren, Leverkusen hat nicht gewonnen, Stuttgart hat nicht gewonnen, Augsburg, Gladbach, Bochum, die in der letzten Woche richtig gut waren. Da hat keiner gewonnen und Leipzig hat gewonnen mit Glück und Geschick. In Dortmund muss man erstmal gewinnen. Das ist ja immer ein Sieg, den man sehr erholen würde. Natürlich in der Situation mit 80 Minuten Überzahl und so weiter. Und am Schluss haben sie wirklich Glück gehabt. Leipzig ist dann doch nicht so ganz stabil, wie sie es mal noch vor ein, zwei Jahren waren. Aber sie gewinnen. Sie sind vierter Platz, haben 29 Punkte. Jetzt spielt dann Stuttgart, glaube ich, gegen München. Leverkusen, glaube ich, gegen Frankfurt. Also, die drei Mannschaften haben schwere Spiele. Da kann nicht jeder gewinnen. Und wenn sie dann ihr nächstes Spiel gewinnen, dann sind sie dran. Und mehr brauchen sie doch nicht. Am Ende des Tages müssen sie in die Champions League. Und Dortmund hätte gerne vier Punkte mehr, also so viel wie Leipzig daher. Glückwunsch, Platz drei. Ja, jetzt ist die Frage, wer macht Bens auf Platz zwei oder Platz eins? Ist ja klar, sie haben gegeneinander gespielt. Das war ein Bombenfußballspiel, muss man klar sagen. Stuttgart erste Halbzeit brutal gespielt. Wahnsinnig nie gedacht, dass sie so gegen Leverkusen spielen können, weil sie wirklich kicken, kicken, Fußball spielen, Fußball spielen. Bockstark, ich ziehe meinen imaginären Hut, mein Gott. Ich habe lange über Stuttgart geschimpft. Das war anscheinend alles ahnungslose Scheiße, was ich da geredet habe. Zweiter Halbzeit war Leverkusen besser. Leverkusen hat natürlich auch direkt ein Tor geschossen. Das Spiel ist ein bisschen abgeflacht. X-Golwert ist eindeutig für den VfB Stuttgart. Und deswegen sage ich euch, Leverkusen macht den Sprung von die drei auf die zwei. Aber der VfB Stuttgart, so heißt der ganze Offizie, so wie Zeit muss sein, ist vollkommen zurecht. Erster Platz, herzlichen Glückwunsch. Das ist für das Power Ranking die letzte Grafik. Denn dort seht ihr auf der rechten Seite das Power Ranking. Und Farben, Code ist ganz einfach, schwarz, man ist gleich geblieben. Da ist aber nur der VfB Stuttgart gleich geblieben. Rot sind Mannschaft, die in Roten gegangen sind. FC Bayern. Und erst mal bei der Bremen Grünen geht nach oben. Und das waren meine Tipps vom letzten Spieltag. Ich habe hier in der Mitte mit einem schwarzen Plus alle Spiele markiert, bei denen die Tendenz richtig war. Von neun Spielen habe ich fünfmal die Tendenz richtig. Das ist nicht wirklich gut. Habe auch kein einziges Spiel direkt. Aber ich habe Samstagabendspiel und Sonntagsspiele alle Tendenz richtig. Klar, ich wollte ja eigentlich, ich wollte nicht, aber ich habe vorausgesagt, dass Dortmund richtig hoch verliert. Und als ich dann gesehen habe, oh, zehnte Minute oder achte, neunte, Dortmund ist in Unterzahl. Ich glaube, mein Tipp geht richtig auf. Und dann hätte auch Terzic gewackelt, bin mir sicher. Aber ist nicht passiert. Leipzig hat es ja gewonnen. Aber der Spielverlauf ist natürlich dann klar. Terzic Schoffenheim gegen Bochum habe ich. Da habe ich komischerweise mal unschönen getippt. Naja, Berlin-Klappach habe ich ja. Klappach gewinnen lassen, auch irre. Bei Frankfurt und München, das konnte ich nicht ahnen. Wolfsburg-Freiburg habe ich den Auswärtssicht vorausgesagt. Erstmal bei der Bremen habe ich richtig vorausgesagt. Und, ja, wie gesagt, alle Samstagabend und beide Sonntagsspiele habe ich beide unentschieden vorausgesagt. Finde ich auch stark. Ich wusste, dass es ein 0-0 ist. Mir war klar, dass es Heidem gegen Darmstadt ist. Aber es war Köln gegen Mainz. Die waren schon im NFL-Modus. Gar nicht so einfach, die deutsche Sprache, wenn man so nuschelt wie ich. Aber jetzt das Gelaber von letzte Woche interessiert keinen Menschen. Das ist die aktuelle Tabelle. Das ist der nächste Spieltag. Wir fangen an mit dem SV bei der Bremen auswärts gegen Chiarodia und Co. Darüber mache ich ein Video. Daher tippe ich doch nix. Wir tippen das erste Spiel Samstag 15.30 Mainz gegen Hainheim. Ein richtiger Leckerbissen. Nein, ich tippe ein Auswärtssicht. Und ich sage aber eins, das wird nicht der Letzte bleiben. Irgendwie glaube ich, Mainz braucht, glaube ich, einen anderen Trainer. Darum sage ich, Hainheim, ihr gewinnt das Ding. Weil ich auch den Trainer mag. Und warum mache ich nicht? Bochum gegen Berlin. Auch ein lecker Bissen. Zweimal B. Ich mag den Buchstaben, komischerweise. Und ja, ich denke, Union wird das Siegen erstmal weiterhin schmecken lassen. Und wird bei Herbert Grönemeyer Bochum gewinnen. Augsburg gegen Dortmund. Auch da wird Auswärtssieg bleiben. In Augsburg ist es immer schwer, gerade für Dortmund. Aber ich glaube, dass Dortmund das knapp, nicht sexy, aber erfolgreich gestalten wird. Darmstadt gegen Wolfsburg. Ein Riesenspiel. Wenn man sich hier nochmal zurückerinnert. Wolfsburg gegen Darmstadt. Platz 18 gegen Platz 17 in meinem Power Ranking. Dann könnt ihr euch schon mal vorstellen, was das für ein Leckerbissen wird. Und es wird ein 0-0. Nein. Aber ich glaube, dass das Wolfsburg gewinnt, weil Darmstadt einfach die inhaltlich schwächste Mannschaft der Liga ist. Dabei bleibe ich. Sollte da dieses Spiel im Übrigen Wolfsburg verlieren, dann Kovac. Tschüss, ciao. 16 vor, wie man bei uns sagt. Das heißt Entlassung. Leipzig gegen Hoffenheim. Das ist tatsächlich ein Top-Spiel. Wenn man die Mannschaften und die Paarungen, die restlichen Paarungen am Samstag anschaut, dann ist das natürlich Leipzig gegen Hoffenheim. Wir sind uns aber alle klar, immer wenn der SV Werder Bremen spielt, ist das ein Top-Spiel. Alle anderen Spiele sind eigentlich vollkommen egal. Ich glaube, dass das ein tolles Spiel wird. Hoffenheim schießt immer Tor in Leipzig sowieso. 4 zu 3 ein Monsterspiel wird das. Glückwunsch Leipzig. Und dann sind wir schon am Sonntag angelangt. Und da gibt es diesmal drei Spiele. 15.30, 17.30, 19.30. Inzwischen kennt man das ja. Es gab ja mal eine kurze Zeit, da wäre sowas auch ein Montagsspiel gewesen. Das wollte keiner daher. Drei Sonntagsspiele. Warum nicht? Das erste Spiel ist Freiburg gegen Köln. Ja, ganz ehrlich. Interessiert eigentlich keinen. Leverkusen gegen Frankfurt. Jetzt kommen aber zwei richtige Kracher. Leverkusen gegen Frankfurt. Ein richtig tolles Spiel wird das werden. Da könnte man aus Bayerns Sicht auch sagen, Leverkusen, schaut mal, ob ihr die herspielen könnt. Frankfurt glaube ich, dass das keine schlechte Mannschaft ist. Aber wenn ich das vergleiche, was ich gesehen habe, wie hat Frankfurt gegen Bremen gespielt, wie hat Leverkusen gegen Bremen gespielt, wie hat Stuttgart gegen Bremen gespielt. Dann ist Leverkusen einfach klar besser und Leverkusen schießt da sehr viele Tore. Und dann, das wird auch RTL nicht gefallen mit NFL, dass FC Bayern München gegen VfB Stuttgart am Sonntag um 19.30 Uhr. Ich glaube, das wird das nicht sogar bei Sat.1 oder irgendwo so live übertragen. Das ist ein ganz klarer Schuss gegen die NFL und das wird RTL sehr, sehr viele Zuschauer wegziehen. Da bin ich mir sicher, wer gewinnt das Spiel? Natürlich, wenn ich jetzt clever wäre, würde ich jetzt erstmal auf den FC Bayern tippen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der FC Bayern immer gewinnt, ist sowieso größer. Und B, ich würde das jetzige Champions League-Spiel, was jetzt in 30 Minuten angepfiffen wird, abwarten. Aber ich sage euch einfach ganz klar, der VfB Stuttgart gewinnt das Ding. Pam, 1 zu 2, let's go und dann wackelt Thomas Tuchel, der für mich im Übrigen der beste deutsche Trainer ist. Das waren meine Tipps und ich finde sie alle fantastisch. Let's go. Was für ein wunderschönes Video geht hier zu Ende. Ich merke auch, ich werde emotional, die Tränen kommen bald, weil immer wenn sowas Schönes zu Ende geht, dann ist das halt so. Aber keine Sorge, wir werden diese Woche nur ein, zwei Videos machen und dann reden wir wieder über Le Bittencourt und den SV Werder Bremen und warum wir gegen Gladbach gewinnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Basti B, Bremen-Fan aus Bayern und darum auch zur Verabschiedung kein Tschüss, kein Moin, sondern SV Werder Bremen, Servus.